Herzlich Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild, ich habe gerade noch kurz den letzten Part durchgeguckt, weil ich hier jetzt heute, ich sag mal vier am Stück aufnehme, ja zeitlich sagt es, ja passt gut. Vier Parts kann ich aufnehmen heute und dann mal schauen wie das bei euch ankommt. Mir gefiel das jetzt besser, es klingt irgendwie mein Stimme ein bisschen hallig, weil, ja gut, ich habe hier nicht so viele große Möbel und hier ist kein Schallschutz drin in dem Raum. Das ist ein ganz normales Zimmer quasi mit halt wenig Schallschutz. Ich denke mal daher liegt das, dass das Mikro ziemlich, boah, ein bisschen Hall mit aufnimmt. Geht leider nicht anders. Tja, na gut, äh, länger Rede, kurzer Sinn. Wir waren dabei zu den komischen Dingerinseln, auf denen die da hinten schon wächtert. Mich wartet. Woho. Wie kann Link eigentlich so eine Schräge hier überwinden? Und hier ist ein Schrein in der Nähe. Hä? Wo soll denn hier ein Schrein sein? Den da? Den habe ich doch schon. Ne, das ist da. Sag, wir sollen in diese Richtung gehen. Oder war eine Libelle, die ist im Stein entkommen. Hm. Los, 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 los. Linkter Klettermeister. Oh, es wird dunkel. Um 14.10 Uhr, weil es schon wieder regnet. Ah. Und im letzten Part habe ich gedacht, das Symbol da heißt Schnee, aber das heißt wahrscheinlich eher Sonne. Und, wow. Da oben legt sich gerade ein Fuchs schlafen. Okay, mitten im Regen. Such dir doch lieber einen Baum. Füchslein. Da-ba-da-ba-bam, ba-da-ba-bam-bam-bam. Von der Mikroqualität wüsste ich jetzt vom Einstein her wirklich nur noch, wenn ich dichter rangehen würde. Das würde das Sitzen aber unbequemer machen. Und das wäre dann ja auch doof. Wow. Die komischen Inseln sind echt von Wächtern bewacht. Wollen wir da wirklich rüber? Ich meine, wir können eh nicht viel machen jetzt. Der Stier hat uns gar nicht gesehen. Hm, mal sehen. Ich würde eigentlich schon ganz gerne darüber flattern. Was sagt denn die Karte? Ja, wir sind fast da. Was glitzert hier? Ein Maxi-Trüffel. Da ist sogar eine Brücke. Und hier ist ein Brett. Das heißt, wir sind hier genau richtig. Da kann ich die grüne Markierung entfernen. Hier ist eine Insel da. Davy. Was bist du? Achso, ein Stier. Ein Stier nicht, aber... Ein durchgedrehtes Pumba. Ihr seid komische Blümchen. Schade. Ihr habt nichts dabei. Und das ist eine beunruhigende Holzbrücke. Oh, hörte die Geräusche von dem Holz, wenn man da drauf tritt. Dort ist das nicht normal so. Ich glaube, wir speichern lieber nochmal, bevor wir hier lang laufen. Ähm, okay. Warum wird das hier so rot? Ähm... Da sind komische Oktoberrocks im Wasser. Ich sehe euch. Geh doch mal weg da. Oh, zurückballon bekommen und ein Fisch. Das ist super. Hallo. Ey. Genau. Renn weg. Bist du... Bist du... Bist du aktiv und da unten scheint ein mächtiger Sturm zu herrschen. Generell ist hier alles windig. Oh. Hier sind Libellen. Ha, eine Glutlibelle. Das ist cool. Eine Libelle mit roten Flügelspitzen. Aus ihren Flügeln gewonnene Wirkstoffe erhöhen die Körpertemperatur und schützen als Bestandteil von Medizin vor Kälter. Können wir noch eine sammeln? Ja. Danke. Was ist denn das da unten? Frage ist, wie kommen wir hier wieder hoch? Also darunter wäre ja ein leichtes. Einfach so. Schwerer ist es eher, da rüber zu kommen. Ne, warte. Dafür nutzen wir dann eher das. Wir machen das mal. So. Und stellen uns selber da hin. Oh, wieder ein Krok. Ja. Hallo, Krok. Wuhu. Nein. Hey. Du hast mich entdeckt. Hier, ein Krok-Sarm für dich. Tschüssi. Okay. Äh. Jetzt muss ich da irgendwie wieder hochkommen. Oh, Gott. Da wird extreme Winde hier. Da war noch eine die Bälle für mich. Ja gut, wenn wir eh hier sind. Nein. Bisschen drauf. Oh. Okay. Ich wollte ablegen und nicht werfen. Ein Leuchtstein. Cool. Dann haben wir schon fünf. Wir können Leuchtsteine von normalen Steinen bekommen. Okay. Und jetzt kommen wir noch hier so gar nicht hoch. Nein. Oder soll das Aufwind darstellen. Ich fliege da einfach mal rein. Einfach mal zum Testen. Ich meine, wir kommen hier sonst eh nicht. Anders hoch, ne? Ja, es ist Aufwind. Genial. Oh. Tatsächlich genial. Toller Geißen haben wir drunter. Einfach so. Äh. Um mal aufzuschleichen. Danke. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ok das ging diesmal sogar letztes mal was schlimmer es ist auch schon wieder nacht unglaublich wie schnell es geht den können wir wegschmeißen dafür nehmen wir knochen mit und flügelchen jahoo aber ich frage mich warum sind diese inseln nach tingle benannt so ähnlich wie tingle sagen wir so eigentlich hat tingle immer was mit schatzkarten zu tun soweit ich weiß auf zu regnen hier ist auch wieder was zu springen vielleicht eine höhle oder so mal gucken vielleicht auch eine falle jetzt so ein ding ok wow fliege aber weit die steinchen zwei band die ein bernsteine zwei sophiere jippie eisenhammer die könnte ich was anzünden muss ich ihn hier überhaupt lang gut wenn ich darüber will muss ich hier nach oben das ist einer der wächter frage mich wo der lang fliegt hier scheinbar fliegt er da hinten das heißt wir können hier ruhig hochklettern laufen du sollst da nicht hochklettern link danke ach wir sind im übrigen gerade auf aus swingela ablegen ich gehe ein stück zurück bäm und noch mal hinlegen bäm wie gar nichts oder doch da ein steinsalz naja gut ok ich verstehe ich soll jetzt von hier aus da hinten rüber schaffen ok ja zur not können wir uns immer noch weg teleportieren von hier aber dann haben wir wieder einen irre weiten laufweg da unten ist wasser tatsächlich kann man da unten trotzdem landen wenn man das will aber ich wüsste nicht warum ich möchte noch höher geht das nicht höher ok der wind will nicht höher ok dann machen wir das so krühwürmchen jagt ok 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 weiß ich immer noch nicht wo wir eigentlich ne von da sind wir gekommen sind wir wieder auf der ersten insel genau da geht's rüber genau hier waren die obdrucks sie war der demolierte wächter und dann sind wir rüber runter gegangen zu der insel die wir da hinten gesehen haben jetzt müssen wir hier rüber über diese total sichere überhaupt nicht komische holzbrücke was willst du hier also ich würde in echt da nicht drüber gehen link hat also schon hier einmal mehr mut bewiesen weil sieht euch diese brücke doch an und denn den sturmwind wer würde da freiwillig rüber gehen seid ehrlich würdet ihr darüber gehen auch wie süß ein fuchs ja krass zum essen guck hier noch mal rum mehr sehe ich jetzt erstmal nicht hier so dann gucken wir mal an wie fliegt der wächter ich vermute der fliegt unten lang ja dann müsste ich quasi von dort unten darüber und da unten rüber dann würde er mich sehen genau da er scannt die brücke ab über die ich theoretisch gar nicht muss es sei denn da unten ist auch irgendwas ich wette wir finden hier jetzt eh nicht alles hier wird bestimmt soviel zeug sein oder vielleicht auch gar nichts vielleicht ja auch erst später wenn wir eine mission hierfür haben momentan sind wir einfach nur aus neugier hier ich habe keine mission die mich hierher führt die sagt ich besuche die tingle inseln oder die nach tingle benannten inseln wie heißt die insel denn jingela wir besuchen jetzt die insel jingela und bekommen ein schwertling da ist wieder ein wächter und ein schreien und eine antike feder für uns ein schreien hier auf den inseln da ein exalfoss das ist das ist das ist das ist ein blauer exalfoss da wo 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 wir wo 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 Hmm, der liegt da so ruhig rum. Ja, er wollte uns angreifen. Au! Ich möchte deinen Speer gerne haben, warte Speer, hier geblieben, danke. Jetzt muss er wieder runter, um seinen Horn zu kriegen. Jo, gut, den Gegner besiegt. Was soll denn hier ein Schrein sein? Ich seh bloß den da. Oder ist hier drüben echt einer? Ich mein, das wäre ja möglich, ne? Oh, das Wasser sieht cool aus da, die Reflexion von der Sonne, die aufgeht. Das Spiel ist schon echt hübsch optisch. Gut, da ich aber sehe, dass der Part jetzt zu Ende ist, ja, ihr seht da drüben zwei Wächter, eine Insel, keine Ahnung, was da drüben ist. Laut Radar soll da ein Schrein sein. Wer wir Glück haben, finden wir den, bevor uns die Wächter finden. Denn gegen die haben wir keine Schutz. Es wird jetzt eine Stealth Mission da unten. Jo, die Insel erkunden wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Euer Chebisodaro. Ciao. 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 Ciao.